How sweet you are, my friend. Ähm, Tobi, willst du eigentlich... Äh, Gamescom 2014. Ah! Darf er das? Ja. Okay. Ähm, was wollte ich denn sagen? Ich hab schon vergessen, was ich sagen wollte. Gezelt. Jetzt weiß ich, wieso ich so langsam level. Warum? Und gezelt. Ach, Tobi, willst du eigentlich bei mir ins Discord? Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Ich war doch die ganze Zeit mit meinem ERC-Bot in einem anderen Stream. Is that Tobi-Yuga-Combo? Incoming? Nee, Yuga ist nämlich nur leider Level 7. Deswegen level ich langsamer. Du bist ein Genie, wirklich. Könntest du Tobi einmal... ...anballen? Oder... ...keine Ahnung, wie lange der Timeout ist. Ach, nee, er muss schon sein Timeout... ...laust du. Wie, wat, Arnold? Arnold, deine... Du bist auch schon über Level 13, ne? Du könntest also auch bei mir ins Discord... ...wenn du möchtest. Äh, Support. Ja, tatsächlich levelt man da langsam. Das ist keine Lüge. Was könnte ich mir gerade im MT verstehen? Das weiß ich nicht. Im MT? Ins Discord. Komm. Aber jetzt, wo ich gerade so gegen Lulu gespielt habe, habe ich spontan Bock auf Lulu. Aber auch nur spontan. Spontan. Das ist nurЕin. Ich hab mir gesagt, File... Es ist nur ein Ding. Ich hab mir... Angetan. Ich hab mir eine Gäste zu tun. Ich hab mir erst... zu sehen. Ich hab' mir gerade mal gewonnen. Ich hab' mir das denn? Oh Ann, du bist Level 1 hier geworden, gehts jetzt hier. EZ. Ähm, Schatz, kannst du mal einen Haussmann aus deinem Discord löschen? Ich weiß nicht wie. Ich hab's gerade wirklich gecheckt. Ähm. Ähm. Hallo, Sledgehammer. 69? Äh, ach, deshalb level ich nie. Ach, guckst du auch immer andere Streams noch mit deinem? Aha, schon wieder der Terror Support. Das stimmt, ich bin wirklich schlimmer als der Alexander Attack. Warte mal. Ach, guckst du nur an hier der Stelle. Ehhhhhhh... Ach, guckst du auch, guckst du auch. Ach, guckst du auch. Ach, guckst du auch. Ach, guckst du auch. Ich hab wirklich immer noch nicht raus. Da steht nix mit löschen. Mal ganz ehrlich nicht. Keine Ahnung. Tarnrad am Channel, ja. Da steht da Channel bearbeiten, aber hier steht nix wo löschen. You are a guide mit Stone. Let me guide you on my wings on my wings that's Anevia. Let the storm follow in my way for a true display of skill. Oh, mein zweites Spiel. So. Aber bei einem kannst du dann schon und links dann. Ein Mülleimer ist da. Da ist nirgends wo ein Mülleimer. Ich hab bei Discord noch nie einen Mülleimer gesehen. Oha. Xen, my feet, try hard. Oha. Das wird ja ein Spaß. Ja, aber arbeiten kann ich den. Ja. Aber. Wo ist denn da ein Mülleimer? Da ist nirgends wo ein Mülleimer. Ich hab jetzt auch keinen Bock in meinem Stream versuchen, so'n scheiß Channel, den du... erstellt hast du versuchen zu löschen. Das geht einfach nicht. Das ist alles kaputt gemacht. Keiner möchte ins Discord. Alles klar. Habe ich die richtige Masse? Warum kannst du mir das nicht direkt? Warte. Ja. Warum kannst du das nicht direkt so einfach sagen? Hä? Warum nicht? Warum nicht? Warum kannst du das nicht direkt einfach so sagen? Captain, Woli, we're in coming. Ja, Woli wird das jetzt regeln. Ich sag es euch. Und wir werden jetzt, äh, ihr Tobi ein bisschen dazu bewegen. Meisterlich zu spielen. Okay. Ich hab aber immer das Richtige installiert. Äh. Brooms... Ich hab da gerade Bumsbaby tatsächlich gelesen. Tobi feet in coming? Yes, I will feed him. And he will rule the world. Or something. Who knows. Welcome to Summoner's World. Aha! Ich spiel mal die Charaktere mit den nervigsten Lachen in diesem Spiel. Seriously. Dein erstes ist es nicht dein erstes. Ich hab da schon mit dir in Normal Game gespielt. Wie aufregend. So armer. Mute einfach alle Leute. Das ist besser für mich. Pascal, vielen Dank fürs Daumen drücken. Ich wollte gerade nämlich auch sagen, ich bin da ein bisschen. Sonst leckt es ja... Ach, Tobi ist doch kein Problem. Hallo Jason! Na? Alles klar. Ich wollte sie eigentlich schilden, aber das hat nicht funktioniert. Ja, aber alleine. Na gut. Okay. Jason, geht's dir immer noch gut? Wie lange dauert das denn? Das kann ich dir nicht verraten. Ha! I am Herrmann. Okay. Okay. Wie immer blendend und selbst wie immer blendend. Wie schön du das so sagen kannst. Und mir geht's auch ganz ruhig. Ich hab ein bisschen Kopfschmerzen und... Ich will die Spiele natürlich irgendwie gewinnen, ne? Oha! Ne, das kann ich... Das sollte ich nicht auf Smilecast spielen. Das brauche ich. Wie, komm zurück! Jinx ist eine Transe? Warum ist Jinx eine Transe? Weil sie diesen komischen... Die ist einfach nur aus den 60ern. Oha! Puppi, hau doch mal zurück! Wo ist Dark? Ich weiß es nicht. Er ist momentan nicht da. Kannst du ihn leider nicht sagen. Canceled. Ich glaube, das war nicht so einfach, wie ich mir gedacht habe. Nein, ich hab keinen Mana mehr. Verdammt. Oh, wir haben den Heal raus. Nice. Nein! Nein! Verdammt! Okay, wenn er sich die ganze Zeit hauen lassen möchte. Ich mein, mir gibt das Geld. Oh, Leute. Was geil! Ich geh Zeit für Level 13. Wenn du möchtest, kannst du jetzt auch bei mir ins Discord kommen. Wenn du möchtest. Was ist Fizz? Wie spielt man das? Justin. Oh Gott. Ich hoffe, das erklärt jemand anderes. Weil ich hab wirklich grad nicht... ...die Zeit dafür. Schweige denn die Ruhe. Okay. Schon zwei Minuten in der Queue. What? What? Zwei Minuten in der Queue? Krass. Hat sich der Pogo wieder richtig hingesetzt? Oder hab ich den richtig hingesetzt? Meine Erklärung war besser. Justin. Ja. Der Popchamp war wirklich cool. Wieso ist er auf dem anderen Bild? Das kann ich dir nicht sagen. Das ist in der Tat eigenartig. Oha. Oha. Isa versteht mich. Hallo Katzin, wie geht's dir? Weil okay. Jetzt muss ich nach links gucken. Oh nein. Jawoll! Live doch bei uns. Live doch bei uns. Von mir hat es zum Glück durch die YouTube-Benachrichtungen hierher angekommen. Zum Glück gibt's sowas. Sehr gut und dir? Ach ja, ich hab ein bisschen Kopfschmerzen, aber es ist eigentlich alles so... Wo? Wo? Man kann mit leben, ne? Ähm, Isa war schön. Aber da erzählen kannst du ins Discours. Da verfasst du... Nein, 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 halt, stopp! Momentchen, mein Freund, ne? Dad Frosty. Mein Freund. Ab Level 13. Ab Level 13. Jason Level. 8 bist du und dadurch... 12. Platz schon. Krass. Ich bin so slow, du bist ja auch so low, du bist ja auch nicht so oft da. Muss man sagen. Auch wenn ich mich immer wieder freue, wenn du da bist. Ich bin so fast. Ich bin so fast. Nein, nein, nein. Gehrt euch. Gehrt euch. Gehrt euch. I don't like it Äh, uhu, ich bin so slow. Hallo! Okay, ich bin mit meiner Freundin am 4.2.1 zusammen. Oh, wie süß! Macht ihr was anderes? Das ist so cute! Das ist voll cute, man! Still a place. Ich habe einen Blubuff! Ja, wir treffen uns. Sauber, Katzin. Und was macht ihr dann? Geht ihr Essen? Oder habt ihr irgendwas Romantisches vor? Lulu Main? Nee, eigentlich gar nicht. Also, ich spiel so selten Lulu. Dass das gerade so funktioniert, ist schon ein bisschen so... Hm. Hm. Katzin, der Player. Sauber, Katzin. Richtig der Player, der Junge. Richtig. Wie süß. Ich finde so das toll, wirklich. Klasse. Lol Main? Oh yes, Baby, oh yes. Wird sich dann ergeben. Du hast nicht mal was geplant, womit du deine Freundin überraschen kannst? Wo kann man hier disliken? Man kann einfach gehen, wenn man es nicht mag. Zwingt dich ja niemand hier zu sein. Verstehen die meisten Leute aber nur leider nicht. Gehe ich wieder auf meine Lane. Ist das dein Smurf? Nein, das ist nicht mein Smurf. Das ist mein... Absoluter, legitimer Account. Jason, übertreibs nicht. Alles gut. Okay. wow geil mein lol ist mal einfach gecrashed oh der Jason Alter so freiheit für jedem hier und mein lol ist mega gecrashed einfach darf er ja eine kette kaufen für uns beide wo dann jeder oh das ist süß das ist wirklich okay für dich Isa beruhig dich beruhig ich mich easy ja ganz ehrlich sie ruft an bei alles klar tschüss okay gut grüße von mir wirklich entschuldigung ich habe so ich komme wieder und töte was so muss es sein gut 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 gemacht Tobi ich weiß gar nicht was ich mit Lulu mir kaufen soll es flippt es läuft viel zu gut dass ich auch nur ansatzweise ne Ahnung hätte ganz ehrlich das ist jetzt nichts gegen euch ne aber zum Beispiel Leute ich möchte dass ihr euch gegenseitig im Chat respektiert klar könnt ihr immer ein bisschen miteinander frotzeln aber sobald ihr irgendwie meint über Leute herzuziehen oder sonst dergleichen ganz ehrlich da bin ich auch eiskalt und warm euch auch einfach raus gerade wenn ich euch gerade wenn es dann so neue Leute sind die vielleicht zwei Sekunden da sind und direkt meinen einen auf die große zu machen ich hasse es wie die Pest und deswegen im JAS SAY so muss das ja Hat ne dicke Hose, ist ja Winter. Ja, der Support nimmt die Kills. Silber. Hey, 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 hey. Er steht auf 4-0, ja? Nur weil ich ein Kill mehr hab. Der Grinch. Es gibt so gewisse Punkte, wo man einfach weiß, ich kann jetzt greenen. Okay, 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 ich sag gar nichts mehr, ich sag gar nichts mehr. Wozu braucht er eine TK? Der hat Farm. Eben. Ich mag Lulu gerade mega auf jeden Fall, ey. Es ist ja abartig mit ihr. Es ist wirklich abartig gerade mit ihr. Der hat Farm. Vor allem, du hast es falsch geschrieben, aber ich lese es einfach korrekt vor, aber ich genau weiß, was du meinst. Die General Bot Lane carried das Game. Was ist das Game? Mann. Okay. Oh, social. Hello. Oh, der Teller ist ja auch schon nicht mehr, oder? Oh, der Teller ist ja auch nicht mehr. Report Yuga für Botfarm. Oh, Tobi! Mach's zu toll. Aua. Ich komm da nie weg! Hallo Gent! Spielst du gleich mit? Ist der Bock zu? Hau ihn! Mobot spam! Mobot wird erstmal reported. Mobot spam, hau ihn! Oh, Tonika nur lü... Ich kann meine Sachen einfach nicht sehen, ne? Ich kann meine Sachen einfach nicht sehen, ne? Vor allem, ich find's auch interessant... wie desinteressiert sie sind. Okay, ich nehm alles zurück. Sie sind ja doch nicht so ganz desinteressiert. Können die jetzt mal pushen oder so? Mal seriously, ne? Tobi! Tobi! Bitte, bitte! Oh, Mann! Ähm... Gleich Essen, danach wäre ich... Aber alle bereit, okay. Okay, dann macht ihr was zu essen. Oh, mate, Sweden. Five deaths. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Sie stehen 4-0. Boah, Mausi! Richtig gut! Richtig gut, Mann! Um... Ja, 5 Deaths, das ist wirklich, ich weiß auch nicht, was da los ist. What is this? Dad with respect, Tomis Bronze, der darf man nicht so viel erwarten. Hey, das ist gemein, ja? So. Ne? Gemeiner Baba, nicht zu alt, aber fast alt. Ja, ja, ich glaube, das ist schon mal. Ja, Bebe! Ja, Bebe! Ja, Bebe! So, jetzt steht Tobi 8-0. Jetzt hat er einen Kill mehr als ich. So. Weil, ich find's so geil, weil wir sind schon an Inhibitor oder so. Und es passiert einfach gar nichts in diesem Spiel. Gar nichts. Was ist das? Kommt ganz oft die Bezahlung an. Was? Achso. Essen? Tobi reportet. Nachquatsch. Los, wir machen jetzt nochmal Drake. Komm. Gent, ess schnell was, weil das Spiel ist schneller vorbei, als du bis 3 zählen kannst. Oh, ich level noch. Das ist richtig, Arnold. Wie gesagt, du kannst auch, wenn du möchtest, ins Disco kommen. Ich habe jetzt. Oh, ich kahve. Äh. 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 Reportet bei Amerikids hat als ADC als Support. Who's? Zelda, who's? Pascal! Du rasierst ja richtig, was ist denn da los bei dir? Ist halt nicht so wie in der Bronze Level. Asura, du bist ja wieder da. Hallo? Mein liebes Popöchen. Damn. Bist du so müde, Arnold, oder was ist da los bei dir? Hm? Was ist ein Gamer? Jason! I just love it when streamers say, well, maybe you belong in Silverbronxel, it's not your team. I know. Ist es schon richtig, ist Jesse, woops. Oh wow. Das war nur Faxen an. Ich habe gar nicht gerade geguckt, weiß jemand, wie viele Punkte ich gerade verloren habe? Ich habe gar nicht darauf beachtet. Wie witzig. 23 Punkte, 71 Punkte. S plus. Mega. Ja. Haha. 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 6... 9... 0... 7... 0. Alles klar. Läuft bei uns beiden. Aber richtig. S minus. S plus. Haha. Krass. Aber wirklich. Krass. 20. 20. Abreg an. 21. 21. 21. 22. 23. 19. 22. Vielen Dank.